Unglaublich viele, die das Pferdepotenzial zum einen haben, aber auch das Reiten zu können und geschickt damit zu machen, dass einfach in der Spitze viele Leute angekommen sind und wiederum mitwischen. Ja, die Sport ist unwahrscheinlich entwickelt. Von Pferden werden besser getrunken, aber Reiten werden auch besser, viel besser Begleitung, bessere Trainung. Und alles ist einfach besser geworden. Ja, da gibt es so viele gute Reiter. Jetzt, wenn du diesen Wochenende guckst, da gibt es so viele Turniere vor, so viele Reiter am Start. Und jeder, jeder Turnier gibt es für den Sport. Das ist einfach so breit geworden. Und trotzdem, obwohl es mehr geworden ist, ich würde gar nicht sagen, inflationär mehr geworden ist, ist es aber in der Woche hinaus so, die Faszination, würde ich sagen, ist gut. Aber der Reinsport ist momentan auf relativ guten Boden. Und ist das in Holland immer auch so, dass ihr eigentlich viel Zuspruch habt? Ja, das ist in Holland auch so. Ich denke, jedes Land entwickelt sich unwahrscheinlich. Und wo die Möglichkeit ein bisschen wenig ist, die fahren drüber und die gehen irgendwo anders. Das ist wie die Japaner hier kommen. Die Trainer und für alles. So macht jeder was. Wie sieht dein weiterer Plan jetzt aus, um in der Sauerweifel-Tourniere zu helfen? Was ist das nächste Turnier? Was finde ich ganz wichtig? Ja, nächstes interessantes Turnier im Samorin-Nationkreis. Das ist das erste Mal, dass wir mit dem Team da aufschlopfen. Und da konzentriert ihr euch da drauf. Wir drücken ganz, ganz fest die Daumen. Ich bedanke mich ganz herzlich, weil von Schröder, dass er ganz kurz bei uns vorbeigeschaut hat. Und wir wollen uns mit ihm ein bisschen unterhalten können. Vertreter unseres Partnerlandes in diesem Jahr in Aachen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Danke, Herr Schröder. Danke. Danke.